Hallo, heute ist es wieder Lu4u. Ich bin hier gerade im Urlaub im Dump. Im Dump. In Dump. Und ich werde jetzt ein neues Rollstuhlvideo für euch drehen, weil ihr habt euch das so sehr gewünscht und deshalb mache ich das jetzt heute. Ja, viel Spaß beim Video. Ich bin hier im Dump. Wir haben so geplant. Musik 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 Oh mein Gott, das ist so nett, das ist so nett. Ja, ich mache jetzt gerade eine Pause mit Ice Cream und da will mir einen, ich würde noch jemanden grüßen, den habe ich neulich gesehen und die heißen Emily und Leni. Ich grüße euch also gar nicht schlecht von mir. Und dazu wollte ich auch noch was sagen. Und zwar, ich grüße nur Leute, die ich auch so sehe. Also, wenn hier jetzt jemand auf Instagram schreibt, kann sie mich grüßen, sage ich Nein. Oder, also ich sage halt Nein, weil es kann ja auch sein, dass hier tausend Leute schreiben, kannst du mich grüßen, kannst du mich grüßen, kannst du mich grüßen, halt Leute mit YouTube und so ein Eis. Und deshalb mache ich das nur bei Leuten, die ich so jetzt in real life treffe. Das ist so klar. Das ist so klar. So, ich hoffe euch hat das Video gefallen und es war kürzer als andere Videos, aber mir ist nicht so viel eingefallen. Ich muss mir dann ein paar neue Tricks ausdenken und noch ein bisschen überlegen, was ich machen kann. Und dann kommt auch bald wieder ein längeres Rollstuhvideo. Aber fürs Erste war es das jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Lu4u. für euch. Für euch. Für euch. Für euch. Für euch. Für euch. Für euch.